Das Rezept ist denkbar einfach. Man nimmt 300 ml Milch, 2 Eier, 750 g Kichererbsenmehl, 1 Teelöffel Backpulver, etwas Salz, 3 Äpfel oder in diesem Fall 2 Äpfel eine Birne und ein bisschen Öl zum Braten. Dann werden die Äpfel erst geschält, entkernt oder auch andersrum, erst entkernt und dann geschält, je nachdem. Man kann natürlich auch einfach nur schälen und dann vierteln und dann die Kerngehäuse rausschneiden, so wie ich das zum Beispiel bei der Birne machen muss. Also hier geschnitten, dann die Kerngehäuse so raus machen. Das machen wir bei allen, da musst du noch ein bisschen nachbessern. Dann wird das Ganze geraspelt. Schön feine Stücke. Ihr könnt natürlich auch ein elektrisches Gerät nehmen, ich besitze keins. Deswegen muss ich das von Hand machen. Immer eine ganz tolle Arbeit, wenn es dann fertig ist, aber Endstücke sind lecker. So, wenn das geraspelt ist, holen wir noch alles aus der Raspel raus, den Rest. Dann schlagen wir die Eier auf. Ein bisschen mischen. Dann kommt die Milch dazu. Nochmal ein bisschen rühren. Und dann wird das Mehl eingesiebt. Das ist ganz wichtig, weil Kichererbsenmehl ist sonst wirklich echt schwer zu verarbeiten und Klumpen frei zu kriegen. Ich kann das nur empfehlen, das zu sieben. Dann kommt da noch Backpulver mit dazu. Und Salz. Apfelraspel mit dazu und rühren. Und dann wird Öl in der Pfanne erhitzt. Wie man das so kennt. Kleine Pfannküchlein rein. Im Zeitraffer kann man wunderbar sehen, wie die dann gleich größer werden. Und dann macht man die fertig. Drei. Sechs. Neun. Zwölf. Und noch ein paar mehr. Fünfzehn. Dann servieren wir das hier mit einer Zimt-Zucker-Mischung und ein bisschen Preiselbeermarmelade. Aber Apfelmus ist auch lecker. Guten Appetit!